Hi, in dieser kurzen Session wollen wir uns über den allgegenwärtigen Lautheitskrieg unterhalten. Was ist der Lautheitskrieg? Seit es Mastering Studios gibt, gibt es den Lautheitskrieg. Bereits zu Vinylzeiten hat man erkannt, dass eine Platte, die lauter wirkt, von vielen Zuhörern subjektiv als besser klingend empfunden wird. Damals gab es aber noch technische Grenzen und alles blieb im Rahmen. Einerseits gab es noch keine so effektiven Werkzeuge, um den VU-Pegel eines Signals zu erhöhen. Andererseits begann die Nadel des Plattenspielers ab einem gewissen Pegel zu springen. Seit der Einführung der Digitaltechnik wurden immer bessere Limiter und Kompressoren entwickelt, sodass es heute möglich ist, die Lautheit eines Signals extrem zu steigern. Diese Tatsache trieb den Lautheitskrieg weiter voran. Wir sehen hier die Wellenform eines Songs, der 1980 erschienen ist. Dieser Song ist 1990 erschienen, dieser 2000 und dieser 2010. Man kann bereits an der Wellenform erkennen, dass im Laufe der Zeit immer stärker komprimiert wurde. Das Problem ist, wenn einer eine etwas lautere Produktion herausbringt, die erfolgreich ist, so sind alle anderen gezwungen nachzuziehen. Die Produzenten und Plattenfirmen wollen auf keinen Fall leiser sein als die Konkurrenz. Darum ist der nächste Mastering-Engineer gezwungen, mindestens genauso stark zu komprimieren wie der vorherige. Dieser Mechanismus hat die Lautheit über die Jahrzehnte immer weiter nach oben getrieben. Einerseits wurden die Kompressoren und Limiter immer besser, andererseits wurde man aber auch immer kompromissloser und nahm immer stärkere Klangfärbungen in Kauf. Inzwischen ist der Lautheitskrieg so weit vorangestritten, dass fast alle Hyperkompressionen betreiben. Alles ist Platz, es gibt weder Mikrodynamik noch Makrodynamik. Die Wellenform ist eine einzige schwarze Wurst. Es ist eine Kunst, einen Song laut zu mastern, ohne hörbare Verzerrungen zu bekommen. Wer heute aber mit den lautesten Produktionen mithalten möchte, kommt nicht daran vorbei, Verzerrungen zu akzeptieren, ja, sie sogar bewusst herbeizuführen. Es gibt zahlreiche Produktionen, die einfach nur noch zerren. Hör dir einmal Californication von den Red Hot Chili Peppers an. Es gibt in Wirklichkeit keinen Toningenieur und keinen Mastering-Ingenieur, der es von sich aus so weit treiben würde. Und es ist auch höchst fragwürdig, ob die Konsumenten das wirklich wollen. Leider sehen sich aber alle aufgrund der Annahme, dass man so mehr verkauft, gezwungen, es so weit zu treiben. Was ist das Problem mit der Hyperkompression? Erstens, hyperkomprimierte Musik wirkt zwar lauter, ist aber weniger druckvoll. In Wirklichkeit ist weniger Kompression druckvoller. Der Sound wäre druckvoller, wenn wir weniger stark komprimieren würden und der Konsument dafür einfach seine Anlage entsprechend lauter aufdrehen würde. Durch die Kompression gehen nämlich alle Transienten im Audiomaterial verloren. Den Drums wird die Perkursivität genommen und alles wird schlaff. Vergleiche einmal eine Mischung mit und ohne Masterkompressor bei gleicher gehörsmäßiger Lautstärke. Dir wird mit Sicherheit die unkomprimierte Variante besser gefallen. Hier sind nämlich noch alle natürlichen Transienten vorhanden. Und das macht den Druck aus. Zweitens, hyperkomprimierte Musik klingt zwar auf den ersten Eindruck oft besser, auf Dauer wirkt sie aber ermüdend. Weil man ständig den gleichen Druck auf den Ohren hat, ermüdet das Gehör. Bei dynamischer Musik hingegen kann sich das Gehör zwischendurch erholen. Drittens, Dynamik ist nachhaltiger. Hyperkomprimierte Aufnahmen hören sich schnell ab. Eine schöne dynamische Aufnahme wird man sich hingegen immer und immer wieder anhören. Viertens, Hyperkompression geht immer mit starken Verzerrungen einher. Fünftens, weniger stark komprimierte Musik klingt im Radio und Fernsehen besser. Im Radio und beim Fernsehen durchläuft die Musik stets einen weiteren Kompressor, den Sendekompressor. Dieser kann bei Hyperkompression die Lautheit nicht mehr erhöhen, sondern verschlechtert nur noch den Klang und verzerrt ihn weiter. Sechstens, auch bei Datenreduktionsverfahren wie der MP3-Codierung treten bei hyperkomprimiertem Material stärkere Verluste auf als bei weniger stark komprimiertem Material. In welchen Bereichen findet der Lautheitskrieg statt? Der Lautheitskrieg hat als erstes die Werbung erfasst. Hier geht man einfach davon aus, dass die Werbung von mehr Personen gehört und verstanden wird, wenn die Sprache lauter ist. Auch von Personen, die sich vielleicht im Nachbarraum befinden oder die nicht zuhören. Dann hat der Lautheitskrieg die Musik erfasst. Hier hatte man zu Beginn noch gewisse Qualitätsansprüche, doch diese gingen nach und nach verloren. Lange Zeit waren die Bereiche Klassik, Blues und Jazz vom Lautheitskrieg ausgeschlossen. Hier legte man noch Wert auf Dynamik und guten Klang. Inzwischen hat der Lautheitskrieg aber auch die Bereiche Blues und Jazz schon erfasst. Lange Zeit war es im Fernsehen immer so, dass der Werbeblock wesentlich lauter war als das restliche Programm. Das lag daran, dass alles auf den gleichen Spitzenpegel ausgesteuert wurde, die Werbung aber viel stärker komprimiert wurde. 2010 veröffentlichte die EBU erstmals die R.128-Norm, welche eine Aussteuerung des Fernsehprogramms nach Lautheit und nicht nach Spitzenpegel vorsieht. Die Lautheit wird hierbei NLUFS, in Loudness Units Full Scale, gemessen. Hierbei wird ein mit K-Filtern bewerteter Pegel über eine Integrationszeit von 400 Millisekunden ermittelt. Die K-Filterkurve sieht in etwa so aus. Die einzelnen Kanäle einer Stereo- oder Surround-Mischung werden zusammengefasst, sodass sich ein einziger Lautniswert in LUFS ergibt. Bei Mehrkanalton werden hierbei die Surround-Kanäle stärker bewertet als die Frontkanäle. Der Pegel des LFE-Kanals beeinflusst den LUFS-Wert nicht. Der Zielwert bei der Aussteuerung ist, nach der R.128-Norm in seiner Fassung von 2011, –23 LUFS plus –1 LU. Und zwar wird ein Durchschnittswert über die Länge des Programmbestandteils ermittelt. Wenn der Pegel um mehr als 10 LU abfällt oder –70 LUFS unterschreitet, fließt diese Stelle nicht in die Messung mit ein. Man kann also nicht den Sprecher am Ende eines Werbespots lauter machen, nur weil der Spot mit 10 Sekunden Stille beginnt. Die Stille wird nicht mitgemessen. Die Messung in LUFS wird bereits von verschiedensten Hard- und Softwareherstellern unterstützt. Teilweise wird anstatt LUFS auch die amerikanische Bezeichnung LKFS verwendet. LKFS steht für Loudness K-Weighted Relative to Full Scale. Die Fernsehsender ARD, ZDF, ORF und weitere haben sich darauf geeinigt, die Norm ab 2012 sukzessive umzusetzen. Sobald diese Norm umgesetzt ist, ist nicht mehr derjenige am lautesten, der am stärksten komprimiert. Denn stärker komprimierte Werbespots gehen mit geringerem Spitzenpegel auf Sendung. Es wird alles auf den gleichen LU-Pegel ausgesteuert. Dadurch sollen die Produzenten von Werbung dazu animiert werden, von der Hyperkompression Abstand zu nehmen. Ein vorgeschriebener LUFS-Pegel für Presswerke, iTunes und Co. könnte auch den Lautheitskrieg in der Musikproduktion beenden. Diesbezüglich gibt es derzeit aber keine Bestrebungen. Bei den Links zu diesem Video findest du wichtige technische Papiere, die im Zusammenhang mit der R.128-Norm stehen. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Zusammenfassend gilt der Appell, übertreib es nicht mit der Kompression. Es ist zwar grundsätzlich schwer, sich dem Ganzen zu entziehen, aber man sollte seine Qualitätsansprüche nicht ganz wegwerfen. Bleib lieber einmal 3 Dezibel leiser und produziere dafür eine nachhaltige und niveauvolle Scheibe. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.